Ladies and Gentlemen, let's get ready for the show. Es ist soweit ein Marsch unserer Finalistin vom Zehner. Finalistin Julia Dekampel. Also ich bin die Julia, bin 18 Jahre alt und springe seit drei Jahren. Man steht da oben und weiß, es tut weh. Es ist einem schlecht, man muss zur Toilette, warum auch immer. Und man denkt so, ich möchte eigentlich gar nicht. Du hörst die Leute klatschen. Das ist so der Kick, wo du sagst, okay, jetzt zeige ich es denen, ich kann das auch. Und dann springst du da runter und dann ist von einem auf den Moment alles vergessen. Wir haben es mit dem Thema zu tun, das völlig sinnfrei auch ist. Warum springt jemand aus zehn Metern und knallt mit den Oberschenkeln auf die Wasseroberfläche? Gibt keinen Grund dafür. Das ist einfach nur ein geiles Gefühl. Du merkst dieses Fliegen und du weißt, jetzt muss ich hochziehen, dann macht es bumm und alle sind zufrieden und ich auch. Wir haben wirklich eine ganz simple Idee, da springt jemand vom Zehner runter. Aber das gehört im Grunde dann ganz elegant in die Zielgruppe, dass es wirklich echt unauthentisch ist. Und dann fängt es an, weh zu tun, so nach einer Zeitverzögerung von fünf Sekunden. Dann merkt man, es tut weh. Und dann will man eigentlich nur noch aus dem Wasser raus und kommt die Leiter manchmal fast nicht mehr hoch. Auf geht's, alle Klasse, die Hände! Splashdiving ist Funsport. Wer gut drauf ist, hat gerade einen coolen Sprung vom Zehn-Meter-Turm gesehen. Wer schlecht drauf ist, einen Verrückten beobachtet, der sich aus reinem Imponiergehabe ziemlich wehgetan haben dürfte. Klamauk oder cooler Sommerspaß? Das Aufwerfen dieser Frage gehört seit einigen Jahren zum Sommerritual von Fernsehmagazinen. Das Kaifun-Bad in Hamburg ist Schauplatz der Weltmeisterschaft 2007 im, wie man es früher nannte, Arschbomben. Arschbomben-Alarm heute im schönen Freiburg. Der Sommer 2008 hat neben den Olympischen Spielen übrigens noch einen sportlichen Höhepunkt. Die Arschbomben-WM beginnt morgen. Denn in Deutsche und sogar ein Team von den Philippinen suchen ihren Arschbombenkönig im Nürnberger Stadionbad. Kategorie 1, die klassische Arschbombe. Je lauter es knallt und je mehr Wasser spritzt, desto besser. Kategorie 2, die Kür. Aber dran denken, Spritzhöhe, künstlerischer Ausdruck, Lautstärke, auch hier ganz wichtig. Tut es nicht unheimlich weh, was du da machst? Schmerzen ohne Ende. Alles. Schmerzen. Nur Schmerzen. Dass der Wendeburger bei seinen gewagten Kapriolen höllische Schmerzen ertragen muss, gehört für ihn irgendwie dazu. Und genau diese Coolness ist es auch, die ihn nicht nur furchtlos vorm Aufklatschen aus 5 Metern Höhe macht, sondern die ihn auch richtig beliebt macht bei dem weiblichen Geschlecht. So, der nächste Springer steht am 10-Meter-Turm. Wir schauen ihn an, wie der Christian Sturm. Er zeigt uns das Blatt. Das Sprungbecken im Würzburger Freibad ist Partyzone. Ein Kamerateam folgt den Springern auf den Turm. Regie führt ein Mann, der abwechselnd in Walkie-Talkie und Handy spricht. Ja, mein Name ist Olli Schill. Also ich bin so der geistige Vater und derjenige, der sich um seine geistige Idee auch gekümmert hat. Ich bin also von der Firma Kultos und wir sind also diejenigen, die die Area 47 Splash Diving World Championship 2010 ins Leben gerufen haben. Ich bin immer fasziniert gewesen von den Freestyle-Springern in allen Bädern. Und ich habe ein Konzept damals geschrieben. Das Ding war ein Erfolg. Man kann sagen, es ist, also im wahrsten Sinne, es war das eingeschlagen wie eine Bombe. Und es war damit ein Event geboren, das zur Sportart wurde. Die Reihenfolge ist bemerkenswert. Erst entstand das Fest, dann die Sportart. Anfang 2009 bin ich ins Gespräch mit dem Oliver Schill, mit dem Gründer der Sportart gekommen, der mir dann angeboten hat, wie sieht's aus. Ihr habt ein paar gute Springer in Rheinland-Pfalz, wollt ihr nicht irgendwas machen? François Waschke leitet den Splash Diving Landeskader Rheinland-Pfalz. Und da habe ich gesagt, so ein Verein, da sind die ganzen Leute versichert, das hat eine richtig gute Grundlage, das könnte ich mal probieren. Ich habe dann eine Satzung geschrieben, habe dann die ganzen Unterlagen ans Amtsgericht geschickt und habe dann meine Gründungsmitglieder zusammengesucht. Und dann haben wir 2009, im März 2009 war es, den Verein gegründet. Und das hat dann einen recht guten Anklang gefunden hier. Die Leute sind gekommen, haben es gesehen, wie wir trainiert haben. Und haben immer wieder neue gefragt, will auch mitmachen. Das ist eine coole Sache, ich mache das schon öfter zum Schwimmbad, ich will da auch mitmachen. Mittlerweile sind es jetzt 13 Leute. Das ist schon schön zu sehen, dass es nicht irgendwas ist, eine Sportart, die mal gegründet wird, die mal kurz ein paar Jahre auflebt und danach wieder verschwindet. Man sieht eigentlich jetzt schon, dass es Halt hat. Vor 130 Jahren war Sport ein Fremdwort und bezeichnete eine Modeerscheinung aus England. Der Deutsche hat geturnt, ihm ging es um Zucht und Ordnung und nicht um Rekord und Wettkampf. Stehen wir heute wieder vor einer Zeitenwende? Sportwissenschaftler Martin Stern hat die Welt des Trendsports untersucht. Stilkulturen heißt sein Buch. Wir können auf der Grundlage der Veränderung der Spielkulturen auch etwas aussagen darüber, wie sich Gesellschaft wandelt. Und die Menschen, die das betreiben, die Sportler, sind nicht die Sportler, die in den alten traditionellen Sportarten nicht reüssieren konnten, die dort keine Erfolge haben, sondern die sind eigentlich moderne Sportler, die einen neuen Zeitgeist haben. Da geht es eben nicht nur um den Wettkampf, da geht es eben um Essen, um Trinken, um Musik hören, um Kleidung, um Flirten, um alles Mögliche. Bis hin zum Geschäft heutzutage natürlich. Dahinter steckt einfach eine Arbeit von elf Monaten, bei denen halt in der Vorbereitung dann bis zu 20 Personen stehen. Dafür kriege ich Geld. Das ist so. Der Spaßfaktor, der zählt sehr hoch. Wir haben Bands, die nebenher laufen. Wir haben ein Rahmenprogramm, wo dann irgendwelche Wettbewerbe und Gewinnspiele und sowas laufen, wo dann eine Show gemacht wird von der Nationalmannschaft, die mal zeigen, was sie können, oder die dann auch mal einen neuen Sprung ausprobieren und sich dabei ablegen, wo dann die Zuschauer auch mal sehen können, wie es wirklich abläuft in so einem Training oder wie generell die Gruppe drauf ist. Die Trendsportler haben nicht diese Unterscheidung zwischen dem Wettkampf und dem Trainingsbetrieb. Das heißt, Training, Üben und sich präsentieren in der Öffentlichkeit fällt in eins. Und das kann man nicht nur in dieser Extremform sehen, sondern das sehen wir bei den Skateboardern in der Großstadt wunderbar. Die haben das Ziel, diese Übung zu beherrschen, aber sie arbeiten daran sehr lange. Und die gesamte Arbeitsphase, ähnlich wie dem Training, ist geprägt von Scheitern. Dieses Scheitern wird aber öffentlich dargestellt. Man versteckt das nicht und geht erst dann in die Öffentlichkeit, wenn man es kann. Ich war damals mit zwei, drei Kumpels beieinander. Ja, wir hatten keine Trainer und wir haben uns immer bewegt mit Salters und Schrauben am Sprungbrett oder jetzt auch beim Trampolin. Und da sind einfach im Grunde Sprünge gekommen, die halt Spaß und Freestyle-Charakter hatten. Zur damaligen Zeit, ich bin heute 41, wo noch kein Snowboard populär war, wo Skateboarden in dem Stil noch nicht da war. Da waren natürlich so akrobatische Themen, also super gefragt, aber eben noch nicht in seinem Werk draußen bei vielen Leuten kommuniziert. Es wird spannend. Wir sehen den ersten Brownie. Michi, gib mal bitte dem Uwe das Mikrofon. Was ist ein Brownie? Gib uns den so. Das ist wie gesagt, ein Open Elvis mit geschlossenen Beinen. Das ist doch ganz einfach erklärt. Also, ich will den Brownie sehen. Wir sehen ihn. Viel Spaß damit. Wir sehen also jetzt den Brownie-Doppelsalto und die halbe Schraube. Auf geht's. Mit 16, als ich damals aus der Schule raus bin, hat mein Vater gemeint, der Bub, der braucht ein Handwerk. Und dann habe ich eigentlich Schmied gelernt. War völlig Quatsch, die Lehre. Ich habe sie beendet. Und auch hier mit so, wie nennt sich, Gesellenbrief. Hatte dann einfach nicht gewusst, was ich beruflich tue. Und jetzt kommt es. Ich bin dann ins Kloster gegangen. Ich war also zwei Jahre lang im Kloster. Habe dort meditiert und habe Spaß gehabt. Und wusste aber, dass in der Zeit ich auch meinen Eltern gegenüber das Ganze jetzt mal beruflich irgendwo sauber sortiert sein muss. Und habe mich an die Uni gesetzt. Habe im Grunde dann an der Uni BWL und Marketing mir reingepfiffen. Und dann bin ich eigentlich dann so mit 26 bei Nokia Mobile Phone gelandet. Bei dem Handyboom war ich mit dabei. Ja, und dann irgendwann kam das Thema Splashdiving auf mich zu. Beziehungsweise erst dieses Jahr Arschbombe. Und auch Spaß wurde ernst. Und wir haben es heute mit einer internationalen Sportart zu tun, die man einfach nur mehr wegradieren kann. Snowboard zum Beispiel hat, glaube ich, 15 Jahre gebraucht, bis es sich etabliert hat. Und wir haben hier mit Splashdiving ein Thema, das in der Zeit von sechs Jahren, sieben Jahren so populär wurde. Schlüsselbegriffe sind Fun und Cool. Aber wie kann man im Kloster Spaß haben? Spaß insofern, weil man halt wirklich in einem Kloster keine Arbeit hat. Man sitzt und man studiert. Ich habe vedische Wissenschaften studiert. Und das heißt acht Stunden meditieren, acht Stunden schlafen und acht Stunden Bücher wälzen. Und ich fand es eigentlich ganz cool zur damaligen Zeit. Angefangen hat es vor ungefähr fünf oder sechs Jahren. Einer bei mir aus der Judo-Gruppe hat gemeint, er hat im Internet irgendwas gesehen. Da gibt es so eine komische Sportart, die nennt sich, glaube ich, Splashdiving. Und da habe ich dann nachgeguckt im Internet. Und die haben dann angekündigt, dass sie in diesem Jahr noch die erste Weltmeisterschaft durchführen im Saarland, in Dillingen. Das Wetter war dann recht schlecht. Dann hatte ich auch nicht wirklich Lust und bin dann danach wieder auf die Homepage, als die Videos und die Bilder da waren. Und habe mich eigentlich geärgert, weil das, was die dort gezeigt haben, hätte ich auch annähernd hingekriegt. Und habe mir dann zu dem Zeitpunkt gesagt, ich fahre auf jeden Fall das Jahr drauf zur nächsten Weltmeisterschaft, egal wo sie ist. Die war dann in Hamburg. Und das war meine erste Weltmeisterschaft, wo ich dann als freier Springer mitgesprungen bin. Bin da aber auch recht schnell rausgeflogen. Das war nicht so ein großer Erfolg. Habe mir dann gesagt, ich bleibe auf jeden Fall am Ball und gucke mal, dass ich ein bisschen trainiere. Das war jetzt gerade eben Misslungen. Das war jetzt kein sauberer Sprung. Ich war nicht parallel zum Wasser mit den Beinen. Und die waren noch nicht ganz ausgestreckt. Ob er im Auerbach oder Delfin abspringt, steht dem Splash-Diver frei. Er muss aber in einer der vorgeschriebenen schmerzhaften Positionen landen. Also es fängt an mit Ripper und Anker. Das sind so die einfachen Sprünge, die eigentlich jeder hinkriegt. Dann geht es weiter mit der klassischen Arschbombe. Das ist, viele nennen es Päckchen, wo die Beine angezogen sind, wie ein Stein ins Wasser fällt. Dann haben wir den Stuhl, der wirklich aussieht wie ein Stuhl, wie wenn man auf dem Stuhl sitzen würde. Wir haben die Katze unterteilt in große und kleine Katze. Dann haben wir das Brett, das offene Brett. Den Open Elvis ist ein recht schwerer Sprung. Den macht auch so gut wie keiner. Man kommt wie eine Krampe ins Wasser, aber andersrum. Und die Besonderheit bei diesem Open Elvis ist, dass man diese Position, wie man ins Wasser eintaucht, schon über dem Zehner vollendet haben muss. Das heißt, man springt nach oben ab, nimmt die Position ein und fliegt von zehn Meter bis zum Wasser in dieser Haltung. Das kriegen nicht viele hin. Wir haben es mit einem Thema zu tun, bei dem wir quasi eine Infrastruktur brauchen. Wir haben in Deutschland, wissen wir, 112 Bäder mit einem Zehn-Meter-Turm. 13 Bäder sind Indoor, der Rest Outdoor. Wir haben allein in Kaislautern zwei Zehn-Meter-Türme. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Stadt so viel Geld in die Hand nimmt und sagt, ich baue jetzt einen Zehn-Meter-Turm hin. Das kostet ja schon einiges an Geld. Die sind jetzt schon auch viele Jahre alt, die Türme. Aber das war damals schon, denke ich mal, eine recht große Aktion. Da gibt es zum Teil Länder, da gibt es in einem ganzen Land, ich glaube Slowenien war es, einen einzigen Turm. Das ist zwar kein großes Land, aber die haben dann einen einzigen Turm. Und wenn dann irgendjemand springen will, der darf dann eine lange Anreise auf sich nehmen und kann dann...